hallo und herzlich willkommen zu der let's play mass effect 2 wir sind auf horizon und da vorne ist ein collector schiff wir wollen jetzt unsere türmchen wieder anschmeißen haben nämlich wunderbarste verteidigungstürme bekommen und die müssen jetzt natürlich wieder in schoß gebraucht werden aktiviert werden und das kregen die batterie's got any other helpful tips just one enemy reinforcements are closing in I suggest you ready weapons net get ready to fight ok hier waren diese collectors da ist wieder der harbinger da war wieder der harbinger hier sind noch ein paar husks unterwegs da sieht gut aus grob geklärt aber munition ist leider immer noch da sind power cells tight genau das was ich brauche ordentlich munitionsschuh wow ich hasse diese husks einfach ich hab die im ersten teil schon gasten ich hasse sie immer noch okay so ich habe das ich habe sie ich habe sie ich bin Was sagt die so einfach? Die muss ja auch nicht hier unten sein. Immer noch keine Munition. Hier noch was. Okay, das sieht ziemlich ungeil aus. Ein Praetorian. Okay, was ich jetzt tun werde, ist mal die neue Waffe ausprobieren. Was? Das Viech lebt noch? Danke. So. 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 Ich habe nicht genug von dieser Kolonie. 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 Die Team muss sich vollständig engagiert werden. Ich lasse mich über sie. Du findest uns einfach eine Weg nach dem Kollektor-Homeworld. Ich möchte nur auf die Aufmerksamkeit sein. Du brauchst alle an ihren Besten. Ich habe drei weitere Dossiers geöffnet. Keep building dein Team während ich eine Weg durch den Relay. Und bitte, Shepard. Die Kollektoren werden dich sehen. Ich denke, wir werden es wirklich machen. Wir fangen die Omega-4-Relay. Wir fangen mit den Kollektoren in person. Ich freue mich auf die Aktion. Nachdem du gesehen, was die Bastards gemacht hat auf Horizon, macht dich denken. Sie sind künstler. Aber wir haben ein paar Tricks für sie. Wenn jemand sie kann, wir können. Keine Argumente, Commander. Horizon hat es einfach nach Hause gebracht. Was wir machen, was wir gegen uns. Wir werden uns ein bisschen zu verabschieden. Ich denke, dass alle anderen ist, auch. Wir werden ein bisschen zu verabschieden. Du weißt? Faint Criers, okay. Samara. Milium. Hildstrom. Assembler Team. Okay. Paragon Action. Research Unlocked. Research Unlocked. Und nochmal. Research Unlocked. So. Gucken wir mal. Da haben wir nichts. Biotech Damage. Neues 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 Nehmen. Prototypes. Das ist Retrain Powers. ok dann wollen wir neu machen also neue neue skillen jetzt will ich aber trotzdem wir müssen dieses medbay ab von dem schiff muss noch hier drin stehen oder ist doch gemacht keine ahnung und morgen was hast du so zu erzählen schade ich dachte er will noch mal ein bisschen mit mir reden aber er wollte nicht dann geht es wieder richtung aufzug msv korsika last known docking koordinates location koordinates jahree station stop system eagle nebula datamending confirms that the last report location of the merchant freighter msv korsika is the jahree station in the strabo system possibility exists that clues pertaining to the anomaly that caused the mass malfunction of the max aboard korsika can be found about jahree station source of source of VI virus detected information received planet information carpeck has consistent tight nebula data from the quarantine to be at jahree station indicates that was a possible source of the VI virus outbreak is a honey cutter facility on the planet capeck koordinates have been downloaded into the galaxy map untitled arrow invalid sender name hey shepherd heard i have you to thank for getting out of purgatory sent a ship to round me up but they didn't weapon check good enough i'm gonna carve your name instead of mine into my next victim as thanks got anyone you need dead haha you didn't take a shot at me though on my way out so i have to kill you you know how it goes dad taught me that you let anybody hurt you they get ideas so you make sure to send a message not like i'm sending now though see you around people who live here are coming back and it's showtime look around for your name i'll make sure you find it before i find you billy robin reeve the alliance soldier here gave me this contact information i hope this reaches you you said you were trying to stop those collectors they took my son and my brother have you found them do you know where they are i know you're looking but so many people are just gone every family lost someone the children are the worst empty desks at schools winter clothes that never got worn please the alliance isn't doing anything the council isn't doing anything if you can't find our people i'm begging you to do something tell me something i can do okay no i don't tell me anything robin reeve okay interessant cruise quarters live support is always offline what's wrong they lost contact with new canton might be the collectors did your family get out of there i don't know there's no communications yet i'm sure they're safe you'll see okay schicksal über schicksal man's restroom da wollte ich jetzt nicht reingucken aber schön dass du fragst mirandas office shepherd i find myself in the unpleasant position of asking for your help i don't like discussing personal matters but this is important miranda you're one of my crew tell me what's on your mind you remember what i told you about father building a dynasty there was another reason i went to cerberus for protection i have a sister a twin and he's still hunting her cerberus has kept her safe until now she's living a normal life on ilium safe and hidden from my father so you think your father's tracked her down does your sister's family know about this are they okay with being relocated they know nothing they're completely uninvolved normal i told cerberus and they're coming up with a positive reason to move the family what do you need me to do my father is extremely persistent i'd like to go to ilium when cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close my contacts name is lantea she'll be waiting for us in the lounge near the nurse astra docking bay okay okay auch das ist kein problem wir helfen ihr gerne dachte eigentlich sie würden ein bisschen was zu jack sagen yes if i hadn't joined cerberus i'd be abducted by the collectors right now wow really done shepard need me for something have you got a minute can i wait for a bit i'm in the middle of some calibrations talk to you later garris i'll be here if you need me okay disruptor torpidos weapons javelin okay leider immer noch nichts für sie gewunden sorry kollegin kriegen wir aber auf jeden fall hin ich glaube jacks hat oder jack jack heißt sie nur ne bestimmt irgendwas interessantes für mich wo hängt ihr denn rum dachte die sind wir unten you came all the way down here to see us you're speaking to our commanding officer i'm touring this ship getting to know my crew i'm engineer ken donnelly handling the power control systems this is gabby that's engineer gabriella daniels actually i'm responsible for the propulsion systems what can we do for you commander are you set up okay down here we can't complain i just wish it didn't take so long to calibrate the fba arrays kenneth you're complaining where'd you receive your training both gabby and i started in the alliance serving on the ssv perugia she flew in the first wave at the battle of the citadel we saw sovereign first hand why did you leave the perugia after you died anderson lost political clout the council backslid on the reaper menace they discounted sovereign as an isolated threat as a single which was bullshit they said your warnings of greater danger were mistaken or delusional we lost respect for alliance leadership we need to fight the real enemy and only cerberus seemed to be doing that how did you wind up with cerberus ken once you were gone the alliance brass descended like vultures tearing apart everything you'd said i was very public with my defense for you i didn't hold back that's an understatement if kenneth wasn't such a talented engineer they'd have court-martialed him for insubordination but it got me noticed by the elusive man he made an offer and here i am so why did you join gabby kenneth and i have been partners in crime since we graduated from tech academy when he got the cerberus offer i insisted that it include me he'd fall apart without me thanks mom also i love engines and the normandy is state of the art when i got the opportunity to work on her i had to jump what do you think about cerberus actually we don't know much about the organization other than the normandy team we know our mission and who's in charge we're off to kick the collectors right in their daddy bags that's enough for me carry on well do commander ich mag die beiden ich erne mich so ein bisschen an fitz simmons die sind so niedlich so dann speichern wir nochmal und dann ist unsere episode auch wieder vorbei ne wir sehen uns in der nächsten macht's gut bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020